Ralf-Eisen-Podcast-Sammelalbum Fußball bedeutet für mich eine Leidenschaft. Alles hat begonnen auf der Straße und ich war so ein leidenschaftlicher Fußballer, so ein richtiger Käfig-Fußballer oder auf der Straße, Straßenfußballer. Mein größtes Idol war Marco Van Basten. Mein größter Traum wäre natürlich, Europameister mit Österreich zu sein. Ich traue mir zu sagen, dass wir vielleicht ein Halbfinale erreichen. Ich traue mir auch einige Tore und das hilft unserem Nationalteam, dass wir hier weiter als möglich kommen. Seit ich in Österreich bin, bin ich auch ein Kunde von Raiffeisen und alle meine Geldtransaktionen gehen über die Raiffeisenbank. Ich würde ihnen wünschen, dass sie alle ins Stadion kommen und dass sie uns feuern und sich mit uns dann auch nachher freuen. Richtig. 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 Richtig.